Das Kneipp-Traditionshaus Bad Kreuzen, eingebettet in wildromantischer und intakter Natur, blickt auf eine über 150-jährige Kurtradition zurück. Heute erfahren die Gäste hier die Annehmlichkeiten eines modernen Kurbetriebs, gepaart mit heilsamen Wissen der traditionellen europäischen Medizin. Dabei werden alle fünf Kneippsäulen optimal aufeinander abgestimmt. Bestens geschulte Mitarbeiterinnen und Schwestern stehen ihnen dabei stets mit hilfreichen Tipps zur Verfügung. Erstmalig in Europa kann man in Bad Kreuzen Wüder kennenlernen. Eine uralte traditionelle Heilgymnastik. Also wir in Bad Kreuzen praktizieren seit kurzer Zeit das Wüder, die traditionelle Gymnastik der Kelten. Die keltischen Druiden haben erkannt, dass bestimmte Bewegungen einen besonders guten Einfluss auf unseren Körper haben und wir versuchen jetzt seit kurzer Zeit Wüder unseren Gästen näher zu bringen. Das Ziel des Wüder ist es, bestimmte Energiezentren anzuregen und zu kräftigen und damit eine Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele zu erreichen. Optimalerweise bucht der ruhesuchende Gast hier im Haus eine Kneipp-Vollpension. Dies beinhaltet unter anderem Ihr ganz individuelles Archetypenmenü oder Sie wählen auf Wunsch aus den vier abwechslungsreichen Menüs. Denn Gesundheit geht auch durch den Magen. Das Hallenbad, die Bio-Sauna, die Infrarotkabine oder der größte Kneippgarten Österreichs mit einem frei zugänglichen Gradierwerk runden das Wohlfühlprogramm ab.